recht herzlich willkommen zur 40. folge vom kerbal space programm ja wir sind hier da und wir gehen mal hier rein und ja ich habe letzt mal die rakete gebaut die dralo vx laden wir die doch mal gerade das ist diese und es geht darum dass ich erst mal hier das mono popular noch nicht rausgemacht haben noch ein kilo dran jetzt ist es leer und in der zweiten sollte ich das das war jetzt der treffer geht aber nein nochmal das ist leer das ist leer also habe ich den treibstoff doch rausgenommen gehabt darum ging es dann ging es noch darum dass ich ein bauteil aus der gruppe command und control nehmen sollte allerdings da ich im karriere modus spiele ist das wohl noch nicht vorhanden das müssen wir erst noch freischalten gehe ich von aus deswegen kann ich dieses teil nicht anbauen ich hatte letztes mal ein aufnahmerekorder wohl installiert kommen wir hier an da ist die platine die ist der aufnahmerekorder zur analyse die mittleren kostet das mehr information habe ich auch nicht okay bleibt so gut dann hatte der gute dralo geschrieben dass ich ein delta v von 1600 maximal brauche das kann ich hier unten wohl wenn ich es dann dran habe reduzieren rechts klick so da habe ich jetzt natürlich keine ahnung wie das funktioniert 1,6 ungefähr so hier unten sieht man das das ist hier jetzt ist nur die frage wie reagiert das zweite gimbal limit das tut gar nichts sehe ich nicht auf jeden fall habe ich keine ahnung der dralo wird das bestimmt im kommentar erwähnen was das ist da haben wir jetzt das richtige gemacht das müsste so reichen das wird dann noch besser schreibt er mir und beim platzieren der dinges hätte ich den angelsnap nicht gehabt das war dieses hier wohl ich brauche zwei ich hatte zwei sagen wir es mal so soll aber auch nicht so schlimm sein nur erst bei feststoff raketen hat er geschrieben ist das schlimm was auf jeden fall fehlt sind zwei batterien die kann ich auf jeden fall noch drauf setzen und zwar sind die nicht hier mal durchblättern ich weiß mich jetzt gerade auch nicht wo sie sind oh hallo hatte ich die noch nicht freigeschaltet doch ich hätte doch schon batterien freigeschaltet ach hier sind sie wiederum zwei ja und ich glaube die mache ich mal einfach hier drauf vielleicht ein bisschen höher dann kann man aus dem fenster wenn es denn eins ist raus gucken ne so passt schon gut die sind dann auch schön geschützt sollten funktionieren was ich jetzt gerade sehe was ich nicht gemacht habe das ist unterhalb von hier sollte vielleicht zum wiedereintritt wo ist das teil denn jetzt das hier sein oder ist das nicht unbedingt na ich glaube das machen wir so gut das waren die sachen die mir aufgefallen waren angelsnap haben wir gemacht die stromversorgung habe ich gemacht dann sollte diese rakete auch orbitfähig sein hat der drado geschrieben ähm äh äh monopopularen habe ich rausgenommen dieses bauteil was er mir gesagt hat kann ich leider nicht rein machen dadurch wäre hier rechts irgendwie noch ein menü gekommen aber zwischen den kapseln war ein science junior und haben wir einen science junior ja der ist dazwischen der kann weggelassen werden aber ich möchte den nicht weglassen ich möchte ihn gerne einbauen und da hat er da noch was spezielles zu beschrieben der drado ja je nach landegebiet gibt es dann gratis punkte und die möchte ich ja auch ganz gerne eigentlich haben so sind wir mit der höhe jetzt passend ich glaube das triebwerk steht noch leicht in der erde oder ja könnte noch einen tacken höher jetzt schwebt es ich glaube jetzt steht es vielleicht schwebt es noch minimal aber das sollte glaube auf der rampe kein problem sein so das habe ich auch eingebaut gut dann gucken wir nochmal stupentechnisch an da müssen wir ein bisschen rauszoomen damit wir die rakete sehen das ist das unterste triebwerk das wird da abgetrennt gleichzeitig ist das nächste triebwerk gestartet hier trennen wir und das ist unser test ich habe jetzt die vermutung dass ich den mal lieber da rein mache bevor ich den checken muss ja wollen wir hoffen dass es so passend ist schick aussehen tut sie wir nehmen sie jetzt die 1 und speichern die ab ich will hoffen dass es so richtig ist das eine bauteil fehlt mir wie gesagt noch weil ich es noch nicht in meiner dingenssach schon äh also piloten noch reingucken gerade der bild sitzt da nämlich wieder drin gut dann müssen wir das nochmal checken so rum wenn ich das jetzt speicher dann wird der bild da trotzdem nicht noch drin sitzen denke ich mal aber wir machen das mal einmal dass wir gerade ins forschungslabor gehen forschungslabor von station weiß ich nicht dann haben wir das hier so und hier habe ich jetzt natürlich keine ahnung wo das richtige teil ist was ich da dran bauen muss sieht aus wie ein funkgerät hatte der dralo gesagt hier sieht alles nicht nach funkgerät aus das ist es wohl ja das wird dann in dieser stufe das heißt unser ziel ist ganz klar diese 45 punkte zu erreichen und dafür müssten wir aber noch ja sagen wir mal 5, 8 punkte haben und dann werden wir das machen und dann haben wir das ja gut das fehlt dann halt noch obwohl das nicht unbedingt jetzt hier prio hat ne aber wenn das hier ja wird der dralo dann auch vielleicht schreiben ne ob wir das brauchen oder nicht dieses ist natürlich auch nicht schlecht ne stabilität bringt das und so hier können wir einen großen tank dann runter machen adapter gut dann können wir erstmal da stehen und die Informationen werden hoffentlich dann kommen bitte dass ich weiß ob ich das auch noch nehmen soll gut jetzt können wir dann nochmal hier rein weil wir müssen ja jetzt jemand mitnehmen also müssen nicht ne aber wir können jetzt jemand mitnehmen wir müssten ja noch eine dritte mission annehmen können oder ja 3 Tourists safely to their destination und zurück wir sollen schon 3 sein 2 Tourists safely to their destination ok wo wollen die denn hin wo wollen die denn hin wo soll die denn hin hier ja hier wo hier wo wir hier 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 Ja, jetzt sehe ich jetzt natürlich nicht drei Touristen. Ich kann doch gar nicht so viel in die Kapsel aufnehmen, oder? Tja. Also den nehmen wir erstmal dazu. Und... Tribet und Janett. Gucken wir mal, ob das klappt, dass wir die mitnehmen können. Gut. Dann müssen wir wohl hier hin. Die kann da hin. Aber Janett kann nirgendswohin. Wie soll ich die denn jetzt bitte schon noch mitnehmen? Das geht ja gar nicht. Mk1 Command Put. Tja, Janett. Es ist nur... Ach so, da ist eins und da ist auch eins und da können jeweils einer rein. Das ist ein Tourist und das ist auch ein Tourist. Das würde bedeuten, wir müssen noch so eine Kapsel darauf haben, dass das funktionieren würde. Aber wir hatten jetzt... Also da haben wir den Fehler gemacht, dass wir jetzt den falschen... ...falsche Aufgabe angenommen haben, oder wie man das auch nennen will hier, ne? Hier ist jetzt... ...fairway three tourists, ferry three tourists... ...fairway three tourists... ...fairway three tourists... ...ja, dann ist das erstmal zurückgestellt in dem Sinne, ne? Aktiv haben wir Ferry 2 Tourists. Hm. Was machen wir da? Aber vielleicht können wir die auch nacheinander? Oder ist das erlaubt? Ist das nicht erlaubt? Das ist eine Frage, ne? Oder muss das auf einen Flug sein? Wahrscheinlich muss das auf einen Flug sein. Geht nicht anders. Ja, dann brauchen wir jetzt eine Rakete, die im Endeffekt noch ein Meer rein kann. Ist jetzt die Frage, ob das so funktioniert. Ich weiß es nicht. So einfach so. Hm. Da eine Kapsel drauf und es geht. Ich weiß nicht. Äh. Wo können wir hier unten können wir Dinge sehen. Hm. Da stehen die in einem Auftrag drinnen, also wird es wahrscheinlich so sein, dass wir die beide gleichzeitig machen müssen. Sonst geht das nicht. Ein suborbitalen Flug. Ja. Geht jetzt aber nicht, weil wir die beiden nicht mitnehmen können in dem Sinne. Nur einen können wir mitnehmen. Deswegen wird es nicht funktionieren. Äh. Ich teste erst die Rakete vielleicht. Oder. Ich warte ab, was der Dralo mir sagt, ob wir da noch eine Kapsel draufsetzen können oder nicht. Das wäre super, wenn er das sagt. Also, dieses Teil noch dazwischen bauen. So würde ich es machen, denke ich mal. Und dann das Ganze etwas noch anheben. Ich glaube, jetzt könnte es vielleicht passend sein. Machen wir da eine 2 raus und speichern das. Fliegen tun wir diese Runde dann auch noch nicht. Warten wir ab, was der Dralo dazu sagt. Ob das funktioniert. Ob die Janett da rein kann dann. Das wären dann diese 3 Positionen. Okay, wir werden sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.